einen wunderschönen guten abend meine lieben freunde ich hoffe ihr habt schöne feiertage verbracht zusammen mit der familie jetzt mal davon abgesehen ob ihr weihnachten feiert oder nicht wie auch immer meistens sitzt man ja dann mit den menschen zusammen über die feiertage die man lieb hat familie freunde ehepartner und so weiter auch heute ist zwar der zweite weihnachtstag trotzdem wollte ich natürlich ein video machen diesmal etwas anders wie sonst denn ich habe mir diesmal nichts aufgeschrieben nichts vorbereitet bis auf ein paar kleinen zetteln hier die ich durcharbeiten möchte auch ein bisschen aus der bibel mit euch durchgehen paar interessante sachen habe ich mir daraus gesucht ja das jahr kommt jetzt langsam neigt sich dem ende zu da lässt man so ein bisschen normales revue passieren was ist passiert waren positive momente haben die positiven momente die negativen überschattet oder umgekehrt je nachdem ich muss sagen für mich war das jahr gehören auf und ab es war wirklich ein stetiges auf und ab die schlechten zeiten überwiegten etwas die guten zeiten und diesen vergleich man nehmen darf aber ich war natürlich froh dass meine frau über die feiertage diesmal hier war natürlich ihr zustand alles andere als so wie man es sich wünschen würde aber ich bin gott dank war dass sie überhaupt zu hause ist hat der wie gesagt zweimal feiertage weihnachten silvester hatte ich ja meine frau nicht bei mir zu hause gehabt dieses jahr zuglück schon und mein kater der irgendwo rumläuft ach der ist hinter mir ja wie gesagt ich hoffe das bei euch alles ok war familiär auch die sache was mein glauben angeht eure gesundheit und so weiter man hat dieses jahr also mir ist es verstärkt aufgefallen dass sich sehr viel in der spirituellen welt verändert hat was sich dann natürlich auch auf die physische welt die wir sehen können übertragen hat und zwar dass die menschen alle noch ein wenig egoistischer geworden sind alle noch ein wenig gottloser und viele christen dessen deren glaube nur geheuchelt war bzw nicht kein starkes fundament hatte solche christen hat man gesehen wie sie teilweise der verlierung hingegeben wurden von gott oder sogar verworfen wurden viele viele leute die gegangen sind andere geschwister die neu hinzugekommen sind nette menschen ich habe einige nette menschen kennengelernt aus aller welt das gute ist wenn man auf youtube oder im internet präsent ist dass man natürlich menschen aus aller welt kennen lernt und zum glück natürlich auch sehr nette menschen teilweise auch dabei sind also es sind nicht nur leute die ein im rücken fallen sondern man lernt auch richtig nette menschen kennen die auch einen teilhaben an ihrem weg zu jesus die teilweise ganz andere dinge erlebt haben und so was ist natürlich immer sehr schön wenn man das mitbekommt oder wenn man sich da austauschen kann ja dann fangen wir erstmal an genau ich wollte jetzt mal von woche zu woche ich habe da eine liebe schwester silvia die so lieb und nett ist die mir auch immer wieder christliche filme zuschickt und ich habe mir da auch gedacht dass ich das jetzt auch im neuen kommenden jahr so machen möchte so gott will dass ich hin und wieder mal eine kurzbesprechung bestimmter filme machen nur ein paar minuten das soll sich nicht auf dem ganzen video dann hinziehen aber so kurz erwähnt haben ich habe eigentlich eine andere dvd mir rausgesucht und zwar war das johannes apokalypse heißt er glaube ich aber den muss ich raussuchen ich habe den jetzt irgendwo verlegt deswegen wollte ich heute einen anderen film dann erstmal nehmen und zwar ja da sind zwei drin aber ich habe erst den einen nur gesehen und zwar heißt der maria magdalena das ist aber nicht der den von dem ich mal in einem meiner videos gesprochen habe da in den kinos lief mit jorkin phoenix das ist der nicht der schlägt aber ungefähr in die gleiche kerbe und zwar nicht in die positive kerbe sondern eine nahezu schon doch man kann sagen es ist eine absolute blasphemische kerbe ja in dem film werden biblische ereignisse einfach übergangen oder verknüpfung hinzugefügt die dies gar nicht in der bibel gibt da wird dann maria magdalena natürlich als armes opfer erstmal dargestellt nicht als einfach eine sünderin sondern sie wird als opfer dargestellt die sie ist eine reiche frau hat ganz viel besitz und der mann amos der ist natürlich ein ganz 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 böser mensch der sie nicht mehr haben will und der schickt gibt ihr einen scheidebrief und schickt sie schickt sie davon es wurde direkt so eingefädelt dass maria magdalena als absolute isabel frau dargestellt wird in dem film ihr mann amos muss dabei zusehen wie sie mit einem römer fremd geht sehr unrealistisch es ist sehr unwahrscheinlich dass damals die frauen so gehandelt haben weil er sie wahrscheinlich an ort und stelle gesteinigt hätte ja sie wurde dann auf dem weg sie hat sich in diesen römer verliebt wollte dann weiterziehen er wollte sie dann aber auch nicht mehr haben als er merkte dass sie schwanger war sie wird dann von sieben weiteren römern vergewaltigt wobei sie das kind verliert sie wird daraufhin eine männerhasserin wir sehen es geht schon da in titanik ähnliche zustände es ist wie in einem hollywood film dann wird es richtig wirre dann nimmt der film richtig wirre züge an sie kommt dann bei herodes unter wird eine persönliche sklavin von der frau von herodes und ähm sind dann auch fäden am spinnen sie sorgt dann dafür dass ihr mann bestraft wird was ihr dann doch leid tut ich will da gar nicht auf den ganzen film eingehen aber der ganze film baut auf emotionen auf hat angeblich dichterische freiheiten die aber in einem bibelfilm nicht zu suchen haben alles was mit der bibel zu tun hatte sollte genau so filmisch dargestellt werden wie es auch in der bibel beschrieben wird weil die bibel sagt ja wer etwas dazu hinzufügt oder weglässt über den werden sämtliche flüche kommen die in der bibel beschrieben stehen und dieser film ist ein absoluter also eine absolute blasphemie die wirkliche maria magdalena wird ja eigentlich gar nicht großartig in der bibel beschrieben hier wird sie teil einer hauptrolle es ist es nimmt schon züge an wie vom winde verweht ähm auch trifft sie nicht zum ersten mal auf jesus weil sie vor der menge gesteinigt werden sollte so wie es in der bibel so war sondern sie wird von den fischern von den jüngern von jesus auch aus dem wasser gezogen und ähm sie ist auch ziemlich respektlos jesus rettet sie nicht vor der steinigung das wurde ja alles beflissentlich weggelassen eigentlich sämtliche realitäten aus der bibel wurden weggelassen die eine die einzige szene die noch drin ist in dem film ist als sie jesus mit ihren tränen zum schluss die füße wäscht und mit ihren haaren abtrocknet es ist ähm hart anzuschauen meine frau wollte ihn unbedingt zu ende schauen ich hätte ihn sonst ausgemacht weil mir die blasphemie doch zu sehr gegen den strich ging und das ist für mein geist ist das ein wie eine ständige ohrfeige alle jede minute eine blasphemie hinter der nächsten also ich kann den film nicht empfehlen absolut nicht empfehlen soweit ich weiß ist das eine italienisch deutsche co-produktion es sind deutsche schauspieler bei es sind italienische schauspieler ich glaube sogar auch ein paar amerikanische aber also für leute die nichts mit der bibel zu tun haben aber die sich mal gerne ähm dram oder was anschauen für die leute kann ich das empfehlen aber für jeden echten christen kann ich nur sagen finger weg davon denn es ist pure blasphemie es ist ein es ist ein blasphemisches machwerk was nicht in den regal eines christen gehört sondern in den mülltonnen eines christen wenn überhaupt ja traurig aber wahr es ist so ja dann ähm kommen wir zu diesen stichpunkten die ich mir hier gemacht habe eigentlich waren das mehr ah ich hab doch ich weiß nicht ob es alle sind ich hatte mir nur die letzten tage was aufgeschrieben ja mir ist auch aufgefallen dass hier natürlich wie immer zu weihnachten der antichristliche papst wieder aufgetreten ist vor einer millionenmenge und alle haben sie ihn bejubelt als wäre er gottpersönlich oder schon der im rang im spirituellen rang höher wie jesus oder wie gott und für den vatikan ist es auch so traurig traurig ähm die verwirrte menge stand drumherum während er seine antichristlichen reden hielt und sie hielten alle ihre marienbilder hoch was natürlich auch blasphemie ist und das einzige was ich mir dabei immer frage wenn ich dieses sehe ist ähm wie verwirrt die massen sein können aber auch wie wie perfekt gott noch arbeitet also man sieht es immer wieder wenn man nach menschlicher logik gehen müsste würde man sagen es ist unmöglich dass da millionen von menschen stehen und keiner von diesen millionen katholiken sagt moment was der da predigt ist komplett gegen die bibel aber so ist es nicht sie erkennen es nicht ja ich hatte mir noch eben die bibel schnell dazu geholt denn da war noch eine eine stelle die ich dazu gleich zitieren wollte ja unter anderem hat der papst natürlich wieder der elite nach dem mund geredet mit mehr liebe und liebt mehr die flüchtlinge ja hat er sich natürlich sofort versündigt denn es gibt gar keine flüchtlinge das sind das weiß inzwischen der dümmste mensch und ähm ja liebt mehr die flüchtlinge ich wusste nicht dass der papst sich auch eine politik einzumischen hat auch nicht äh ich wusste auch vorher nicht dass er links radikal ist und ähm ist natürlich auch das was man in den weltlichen gemeinden und kirchen hört ich will nicht näher darauf eingehen weil ich auf youtube eh schon ein nicht sehr gesehener gast bin nur eine sache die ich doch ansprechen muss und zwar letztes jahr war es ja oder davor das jahr war ja der papst wo er ebenfalls einen sehr antichristlichen spruch abgab und zwar war das damals der spruch ähm wie er der verwirrten masse predigte dass es gefährlich sei eine persönliche beziehung zu jesus zu haben was natürlich genau das gegenteil ist was in der bibel steht denn die bibel sagt uns dass wir auf jeden fall eine persönliche beziehung zu jesus haben müssen um überhaupt zum vater zu kommen aber weil wir wissen dass der papst eine eine pappfigur ist eine pappnase einer trappenfürst und der elite nach dem mund redet weil er teil der satanischen elite ist überrascht mich als neugeborener christ natürlich überraschen solche aussagen nicht diese jener seiner frechen dreisten antichristlichen und antibiblischen doktrinen dieses jahr zu weihnachten waren dass er der mängel sagte dass christ nicht der welt das evangelium predigen sollen dass wir das bitteschön sein lassen soll ja da sehen wir dass er ein antichrist ist denn die bibel sagt natürlich etwas ganz anderes und die passende stelle dazu ist in markus 16 15 und er sprach zu ihnen geht hinaus in alle welt und verkündigt das evangelium der ganzen schöpfung wer glaubt und getauft wird der wird gerettet werden wer aber nicht wer nicht glaubt der wird verdammt werden diese zeichen aber werden die begleiten die gläubig geworden sind in meinem namen werden sie dämonen austreiben sie werden in neuen sprachen reden schlangen werden sie aufheben und wenn sie etwas tödliches trinken wird es ihnen nicht schaden kranken werden sie die hände auflegen und sie werden sich wohl befinden da sehen wir übrigens auch die leute die sagen dass die geistesgaben die werden ja alles das würden nur charismatiker predigen ja scheinbar war dann jesus auch ein charismatiker aber es ist leider so die intellekt intellektchristen nehmen immer mehr überhand es wird nur noch schwachsinn gepredigt und es laufen leute herum die sich christen nennen aber so viel erkenntnis vom evangelium besitzen wie ein fisch von sauerstoff atmen oder ein fisch vom vom landgang sagen wir mal so dieses gleich nicht passt gleich nichts passt besser was habe ich mir da noch notiert ja mir ist auch aufgefallen insbesondere dieses jahr wo wir hier beim jahresrückblick sind dass immer mehr menschen ich nenne sie auch intellektchristen aber eigentlich sind sie teilweise sogar antichristen dass sie dinge predigen die das evangelium komplett auf den kopf stellen beziehungsweise wo es schon nicht mehr lustig ist also da wird dann gepredigt dass das vater unser ja falsch wäre man müsste die und die stelle das wäre ein übersetzungsfehler und es müsste in wirklichkeit nicht heißen führe uns nicht in versuchung sondern führe uns in der versuchung weil gott verführt ja nicht da haben die leute scheinbar nicht die komplette bibel gelesen wenn die wirkliche stelle heißt gott verführt nicht zum bösen gott führt sehr wohl in versuchung weil er uns ja testet er testet unseren glauben nachzulesen in tobias nachzulesen in hier oben nachzulesen im kompletten alten testament nachzulesen im neuen testament als jesus dreimal in der wüste von satan versucht wurde was glaubt ihr denn wer diese versuchung zugelassen hat gott der vater natürlich aber die leute die sind natürlich völlig ohne erkenntnis völlig ohne logos und die meinen dann ihren intellekt an die menge weiter zu vergeben wissen nicht dass sie pure blasphemie gegen den vater damit betreiben sind leute die sich zu prediger selbst ernennen die ihre erkenntnisse nicht vom heiligen geist bekommen sondern von einem geist der alles andere ist als heilig sondern ein ihr geist ein schwarm geist ein geist der ihnen die verwirrung ins hirn einbrennt dann wird auch immer wieder gerne und häufig und vermehrt gepredigt dass wir ja so wie wir sind zu gott kommen können zu jesus kommen können ich habe in meinem letzten video schon ein paar mal darüber geredet ich wollte aber noch mal etwas expliziter darauf eingehen da heißt es dann immer ja gott nimmt uns so wie wir sind er liebt uns so wie wir sind und wir brauchen uns nicht zu ändern das einzige was wir machen müssen wir müssen glauben an jesus glauben und mehr nicht wir müssen keine buße tun wir müssen nicht umkehren wir müssen nicht neu geboren werden wir können genau so die sünder bleiben wie wir sind das problem ist die leute wollen auch so bleiben wie sie sind sie wollen keine umkehr sie wollen keine buße sie wollen nicht den weg gehen die in jesus gegangen ist sie wollen nicht ihr eigenes kreuz tragen sie wollen sich nicht selbst verweigern sie wollen nicht jesus nachfolgen sondern sie wollen der welt nachfolgen und den schnöden mammon der welt sie möchten aber auch in der disco gehen sie möchten rumhuhren sie möchten saufen sie möchten kiffen sie möchten tattoos sie möchten 50 autos und meinen dann in ihrem verwirken oder gar teilweise verworfenen zustand dass das der weg zu gott ist und sie bilden sie zeigen anderen leuten die vielleicht zu jesus kommen würden zeigen sie wie verheuchelt sie sind und versündigen sich doppelt denn sie versündigen sich nicht nur gegen den vater sondern sie begehen auch den fehler dass andere leute die ihren ihre heuchelei sehen die sagen das sind also diese christen der da besoffener auf der ecke liegt oder der sich in seinen eigenen erbrochenen liegt damit will ich nichts zu tun haben ich bleibe lieber atheist diese seele die dabei verloren geht des mannes der sagt mit diesen christen will ich nichts zu tun haben das blut dafür kommt auf deren haupt denn sünde wir kommen mit der sünde kommen wir zu jesus aber dann passiert etwas was die meisten intellektchristen heuchler christen nämlich gar nicht wollen denn dann kommt jesus und jesus ist wie ein chirurg und zwar wenn wir zu jesus kommen ist es genauso als wenn wir zu einem facharzt gehen und der facharzt sagt ja mein lieber freund du hast da einen faustdicken tumor und den müssen wir leider entfernen und die leute diese intellektchristen wenn wir dieses gleich diesmal zur hand nehmen zur verbesserten zur verbesserten erklärung dass das bild ich besser erklären kann die meinen das evangelium wäre so es reicht zum arzt zu gehen und der arzt die diagnose stellt du hast einen tumor ja und dann gehen die wieder nach hause und leben weiter und denken ja jetzt ich hab ja den tumor und der arzt hat mir das gesagt und dann wird alles okay das ist natürlich dann nicht so denn der arzt muss also der chirurg muss den tumor rausschneiden damit wir weiter leben können damit er nicht streut oder damit wir nicht dran sterben und genau so ist es beim wirklichen evangelium nur dass hier quasi jesus der chirurg ist oder jeder andere echte christ nehmen wir mal als vergleich wenn ein sünder zu mir kommt und ich sehe dass dieser mensch sich christ nennt aber der macht alles falsch er liebt die sünde er lebt die sünde und er will in die sünde bleiben dann muss ich die dann sage ich dem junge du hast da sünde in dir du hast da einen tumor in dir und lass mich dir helfen diesen tumor diese sünde zu entfernen und was machen diese leute dann ich mach das seit fünf jahren was sagen die leute dann du bist ein hass prediger du denkst du wärst besser wie wir denkst du du bist heiliger als wir glaubst du bist besser glaubst du bist was besseres glaubst du lebst ohne sünde und jetzt übertragen wir das mal auf den chirurg stelle vor ihr habt einen tumor und ihr geht zu einem chirurg und der chirurg sagt ihr habt einen tumor jetzt müsst ihr euch vorstellen die leute würden dann sagen du bist du für ein hass arzt wie kannst du mir sagen ich habe einen tumor denkst du du wärst was besseres wie ich weil ich einen tumor hab vielleicht hast du ja auch einen tumor und wie gehässig kannst du sein und der arzt sagt ich schneide den tumor raus was ist das für ein zeichen das hast du das über den tumor rausschneiden willst jetzt nimm mal als vergleich so müsst ihr das sehen genau so ist das wenn euch ein echter christ zurecht weist und sagt das 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 ist falsch und das 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 und das kannst du tun um nach haus zu kommen weil wenn du jetzt in deiner Sinne stirbst ist Feierabend wirst du nicht ins paradies kommen das ist genauso wie beim chirurg wenn er nicht jetzt entfernt wird wirst du dran sterben und so ist es bei der Sünde denn Jesus nimmt euch mit der Sünde er lässt euch aber nicht in der Sünde er lässt euch nicht in der Sünde sterben denn wenn ihr daran sterben wollt wird er euch sterben lassen weil ihr werdet in der Hölle aufwachen es reicht nicht zu wissen dass Jesus der Sohn Gottes ist oder dass ihr sagt ja ich bekenne dass Jesus der Sohn Gottes ist es reicht nicht sondern ihr müsst es leben ihr müsst das Wort leben es nützt nicht dass ihr wisst das Wasser nass ist ihr müsst rein springen um es zu fühlen ein Schwimmer wird niederschwimmen lernen indem er weiß dass da Wasser ist und ein Schwimmer muss rein springen und er muss anfangen zu schwimmen dann weiß er aha so kann ich schneller schwimmen das muss ich machen um schneller zu werden um besser zu werden und genauso ist es bei einem Christ ein Christ der wirklich Gott liebt der Jesus liebt der muss diese Liebe pflegen er muss in dieser Liebe wachsen und er muss in seinem Glauben wachsen er muss in seinem Fundament wachsen und er muss Gott fürchten damit Gott ihm die Erkenntnis gibt und zeigt wie er leben muss um diese Welt nicht mehr numero uno zu machen sondern dass diese Welt ganz hinten ist dass er diese Welt nicht liebt dass er die Sünde nicht liebt und dass er diesen schnönen Mammon dieser Welt mit Geld und Huerei und all das ganze drum herum ansehen in der Gesellschaft das sollte einem Christ egal sein und wir können nicht beides haben wir können nicht an zwei Tischen gleichzeitig sitzen und das müssen die meisten lernen sie müssen aber es wird immer schwieriger es ist mir aufgefallen dieses Jahr war es ganz extrem die Leute auch die sogenannten Christen keiner will mehr zuhören jeder will reden ich habe es schon in mehreren Videos gesagt dass keiner mehr zuhören will jeder möchte Lehrer sein und ist seine Erkenntnis oder ihre Erkenntnis auch noch so klein oder gar nicht vorhanden jeder möchte Lehrer sein und jeder weiß alles ganz genau aber woher wissen sie es genau sie haben nicht die Erkenntnis von der Bibel sie haben nicht die Erkenntnis durchs Lesen der Bibel und geschweige denn haben sie die Erkenntnis vom Heiligen Geist vom Vater sondern sie haben irgendwelche YouTube Videos gesehen oder sehen irgendwelche Facebook Posts oder gehen in irgendwelche weltlichen Gemeinden wo gepredigt wird ja jeder kommt im Himmel egal was er macht egal wie schrecklich ihr seid ihr kommt alle im Himmel und meinen sie jetzt sie wären Propheten oder gar Heilige und könnten selber predigen und müssten keinem mehr zuhören sondern jeder müsste ihnen zuhören es war übrigens auch noch eine Sache die der Papst aus seinem dreckigen Antichristen Maul muss ich mal ganz deutlich sagen rausgelassen hat ist dass Gott jeden liebt egal wie groß was für ein großer Sünder er ist und egal wie schlecht er ist und jeder kommt in den Himmel natürlich gibt es keine Hölle und das ist natürlich auch Schwachsinn weil wir kommen als Sünder aber mit dem mit dem Vorhaben Gott befreie mich von den Sünden schenkt mir ein neues Herz Umkehr, Buße Umkehr, Buße Jesus nachfolgen ein Kreuz tragen aber das davon will die Welt natürlich nichts hören sie haben inzwischen das schöne Barbie-Puppen-Kenn-Evangelium angenommen welches aus der Feder Satans stammt nicht? ja soviel dazu und dann wie gesagt habe ich heute morgen ich hatte eigentlich aus der anderen Bibel mir einige Stellen notiert die kommen aber in einem späteren Video heute habe ich eine interessante Feststellung gemacht und zwar habe ich in dieser wunderschönen Bibel hier die ich bald durch habe wie gesagt bin ich jetzt bei Sirach und da geht es um Weisheit und daraus wollte ich euch ein bisschen vorlesen etwas zu sagen das Phänomen an der Sache ist dass ich die kompletten zwei Seiten die ich heute morgen gelesen habe dass ich jeden einzelnen Satz mit dem Bleistift markiert habe so Wocky der hat lustige Geräusche von sich gegeben so interessant und wichtig ist das was hier steht denn Weisheit ist natürlich etwas was jeder behauptet heutzutage zu haben aber Weisheit ist wie so ein in Wirklichkeit bei den Menschen anzutreffen wie ein Sechsein Lotto oder wie der Yeti man hört davon aber keiner hat ihn wirklich gesehen so muss ich es auch sagen sind mir selten wirklich weise Menschen entgegnet wenn überhaupt dann absolut echte Christen aber bei diesen bei den meisten Heuchlern sehe ich keine Weisheit sondern Stolz und Arroganz und Überheblichkeit fangen wir mal an es ist bei Sirach 1 1 6 Wer könnte sonst wissen wie man die Weisheit und Klugheit erlangen sollte einer ist Weise der Allerhöchste der Schöpfer aller Dinge ein mächtig ein gewaltiger König und sehr schrecklich der auf seinem Thron sitzt ein herrschender Gott der hat sie durch seinen Heiligen Geist verkündiget der hat alles zuvor gedacht gewusst und gemessen also Gott ist quasi von Anfang an die Weisheit und er schenkt Weisheit wann und wen er möchte und hat die Weisheit ausgeschüttet über alle seine Werke über alles Fleisch nach seiner Gnade und gibt sie denen so ihn lieben also die die wirklich Gott lieben denen schenkt er Weisheit 11 Die Furcht des Herrn ist Ehre und Ruhm Freude und eine schöne Krone Furcht ich habe mal letztens mal ein Gespräch mit einer Frau gehabt und da sagte ich dass die meisten nicht zu Gott finden weil sie keine Gottesfurcht haben sagte diese Frau wieso muss man Gott fürchten ich dachte immer man muss Gott lieben ja genau das ist nämlich der Witz an der Sache was man auch nirgendwo gepredigt bekommt in keiner weltlichen Gemeinde in keiner weltlichen Kirche und auch der Papst wird es euch nicht sagen dass man Gott fürchten muss denn Furcht vor Gott ist der erste Weg zur Weisheit kommt auch gleich noch diese Stelle Die Furcht des Herrn macht das Herz fröhlich und gibt Freude und Wonne ewiglich Wer den Herrn fürchtet dem wird es wohl gehen in der letzten Not und wird endlich den Segen behalten Gott liebet Gott lieben das ist die allerschönste Weisheit und wer sie ersiert der liebt sie denn er sieht welch große Wunder sie tut also die Weisheit die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang und ist im Herzensgrund allein bei den Gläubigen und wohnet allein bei den auserwählten Weibern und wenn man und man findet sie allein bei den Gerechten und Gläubigen Sie hören was ganz deutlich Weisheit findet man nicht bei Professoren oder bei Atomphysikern oder bei Lehrern sondern Weisheit findet man bei den Gläubigen und bei den Frauen die auserwählt und demütig sind und bei den Gerechten und Gläubigen natürlich ganz klar die Furcht des Herrn ist der rechte Gottesdienst der behütet und macht das Herz fromm und gibt Freude und Wonne wer den Herrn fürchtet dem wird's wohl gehen und wenn er trostes bedarf wird er gesegnet sein es ist ein bisschen ich hab meine Lampe diesmal nicht geholt deswegen hab ich da Schwierigkeiten zu lesen und es ist in altdeutsche Schrift wieder mal Gott fürchten ist die Weisheit die Reichmacht und bringt alles Gute mit sich sie erfülle das ganze Haus mit ihren Gaben ja jo und alle Gemächer mit ihrem Schatz die Furcht des Herrn ist eine Krone der Weisheit und gibt Reichen Frieden und Heil diese Weisheit macht recht kluge Leute und wer an ihr festhält dem hilft sie aus mit Ehren den Herrn fürchten ist die Wurzel der Weisheit und ihre Zweige grünen ewiglich die Furcht des Herrn wehret der Sünde und genau jetzt sollte uns klar werden warum so viele Heuchler Christen und Intellekt Christen und Pseudochristen warum sie immer und immer wieder in Sünde verfallen und es vergeht keine Woche wo mich nicht irgendeiner anschreit und sagt ja du bist ein Ehelehrer und du denkst du wärst was besseres wie wir weil du meinst du würdest nicht mehr sündigen wir alle sündigen steht in der Bibel nein in der Bibel steht wir waren alle Sünder aber Jesus hat gesagt wir sollen damit aufhören steh auf geh nach Hause und von nun an sündige nicht mehr hat Jesus zu der Frau gesagt und deswegen wollen die Leute nicht aufhören mit der Sünde und können auch gar nicht aufhören mit der Sünde erstens weil ihre Liebe zu Gott nicht echt ist und zweitens fast noch wichtiger sie haben keine Furcht vor Gott weil wirkliche wenn man wirklich Gott liebt und weiß dass Gott der Schöpfer von allem ist dann hat man Furcht dann hat man Ehrfurcht und richtige Furcht letztens schrieb mich eine Frau an und meinte nein da ist richtige Furcht mit gemeint da ist keine Todesangst mit gemeint aber da ist Furcht mit gemeint es ist genauso wie ich als Kind Angst vor meinem Vater hatte ich hatte eine gewisse Furcht und ich machte oh ich hab meinen Kaffee gemacht und es ist eiskalt Verzeihung da muss ich denn leider kalt trinken Herr Rocco ja auf jeden Fall mein Vater war sehr streng aber ich liebe ihn und hab ihn geliebt über alles und ich auf eine Art bin ich froh dass er streng war und weil ich Furcht vor meinem Vater hatte aber nicht nur deswegen sondern auch weil ich meinem Vater keine Schande machen wollte kam ich nie nach Hause und er musste irgendwelche Dinge hören dass ich irgendwelche Frauen geschwängert habe oder dass ich irgendwelchen Mist gebaut habe oder dass ich Fenster eingeschlagen habe oder dass die Polizei mich nach Hause bringen musste oder dass er mich mit dass ich zugesoffenen Vollkoma irgendwo lag weil ich Drogen genommen habe oder so das ist nie passiert weil ich meinem Vater keine Schande machen wollte und weil ich Furcht vor meinem Vater hatte und genau so sollte es auch mit Gott sein Gott ist noch viel viel milliardenfach größer als unser irdischer Vater und wenn ich Gott wirklich liebe und wenn ich seinen Sohn wirklich liebe und wenn ich das Kreuz sehe und sehe was Gottes Sohn für den Vater gemacht hat und was er für uns gemacht hat wie er sich ans Kreuz schlagen ließ wie er sich zu Tode foltern ließ wie er sich auspeitschen ließ wie er sich anspucken ließ wie er sich ins Gesicht schlagen ließ wie er sich eine Dornkrone aufsetzen ließ wie er sich in die Kleider vom Leib rissen und er nackt gekreuzigt wurde und wir dann da stehen dreist und die Frechheit haben zu sagen wir müssen ja nicht sündigen Jesus ist ja schon für mich am Kreuz gestorben solche Leute können dich direkt ebenfalls ins Gesicht schlagen weil das ist so geheuchelt und falsch ihr seid so feige ihr seid so feige Jesus ist für euch und wenn sie in einer besoffenen Kneipe sitzen mit ihren Ausreden und sagen ja, Jesus hat auch mit den Sündern gesessen ja, Jesus hat diese Sünder zur Buße berufen er hat nicht mit den Säufern gesoffen und Party gemacht so wie ihr es macht und dann hat sie da rausgeholt aus den Sünden und ihr holt die Leute da nicht raus aus ihren Sünden sondern in dem Teil an deren Sünden das ist ein Riesenunterschied aber wenn sie sagen ja, ich darf Alkohol trinken weil Jesus hat auch Alkohol getrunken das war ein Gleichnis Jesus hat Wein getrunken aber er hat es getan, um ein Gleichnis darzustellen und es war sein Blut es war das Leben was er mit seinen Jüngern geteilt hat es war sein Blut, was er mit den Jüngern geteilt hat und ihr sitzt in der Kneipe und meint ihr könnt das auch machen, weil Jesus das auch gemacht hat Jesus hat sich auch ans Kreuz schlagen lassen wann habt ihr euch ans Kreuz das letzte Mal schlagen lassen? gar nicht überhaupt nicht lebten es aus und brauchst die meisten da draußen Gottesfurcht ist das, was den meisten Menschen fehlt deswegen sind das diese Heuchler-Christen die besoffen am Wochenende in der Ecke liegen und andere schütteln den Kopf darüber und lachen sich kaputt darüber in den Gemeinden oder wenn euch irgendwelche Satanisten hinterfragen und sagen, erklär mir doch mal dies, das und jenes und sie stehen da wie Stan Lauren von dick und doof und kratzen sich am Kopf weil sie nie die Bibel gelesen haben weil sie nur das hören, was irgendwie so ein Pfaffer da der selber ein Sünder ist oder ein weiblicher Möchtegern Pastor ihnen erzählt hat sie selber haben überhaupt nichts keine Erkenntnis jemals von Gott bekommen weil Gott ist nicht ihr Vater Gott ist nicht sie sind nicht in Jesus, sie sind nicht in Gott sondern Gott ist ein Fremder für sie ihre Liebe ist geheuchelt ihre Furcht ist geheuchelt sie wissen doch nicht mal, dass man Gott fürchten muss aber sie werden Gott fürchten, wenn sie eines Tages vor ihm stehen und dann können sie nicht labern dann redet Gott und sie halten die Klappe wenn man vor Gott steht dann fällt man automatisch auf allen Vieren mit dem Kopf in den Dreck dann ist der Mund wie zugeklebt und Gott redet und dann ist das erste Mal im Moment wo nicht ihr Paar labert, sondern Gott zuhören müsste also erst bei manchen Menschen dann wird das der allererste Moment und auch der letzte Moment sein wo sie sie nicht labern sondern sie das Maul halten müssen und jemanden zuhören müssen und das können die meisten nicht mehr Verzeihung, dass ich das so hart ausgedrückt habe aber manchmal muss man einfach härtere Wörter anschlagen und das hat Johannes gemacht und das hat Jesus auch gemacht und wenn dann wieder einer sagt du bist aber so ohne Liebe doch das ist eine Liebe, das ist ja wohl Liebe aber das ist nicht diese geheuchelte Deutschland sucht den Superstar Liebe sondern das ist die wirkliche Liebe von Gott also die Furcht des Herrn wehret die Sünde wenn man wirklich Gott fürchtet dann hasst man die Sünde und man will den Vater nicht enttäuschen machen wir weiter denn wer ohne Furcht wehret den gefällt Gott nicht und seine Frechheit wird ihn stürzen Frechheit, Überheblichkeit, Stolz das ist was ich heutzutage sehe bei den meisten falschen Christen sie haben eine ganz ihre Fassade ist ganz dünn das ist eine getünchte Fassade und sobald man ein kleines bisschen piekst bis dann auf bis dann mit Logos ankommt dann ist die Fassade ganz wie wenn wenn Zuckerwürfel auf dem Stein liegt und der erste Regentropfen kommt dann löst der Zucker sich sofort auf genau so ist deren geheuchelte Fassade man braucht nur einmal kurz piksen und denen etwas sagen was nicht in ihren Kram passt wenn man sie mit Logos konfrontiert dann zeigen sie sofort ihr wahres Gesicht und sie werden euch sofort angreifen ich habe es immer und immer wieder erlebt in den 5 Jahren wo ich das jetzt hier mache aber ein Demütiger erharret der Zeit die ihn trösten wird das ist auch was ich immer ganz vielen Leuten sage nämlich anschreiben es ist Demut insbesondere muss ich es ganz traurigerweise sagen sehe ich es bei den meisten Frauen nicht sie haben keine Demut sie sind genauso wie die Frauen der Welt sie sind Isabel Frauen sie sind rebellische Frauen sie wollen sich von keinem was sagen lassen schon gar nicht von irgendeinem Mann und sie natürlich erkennen sie nicht ob das ein Mann ist der Erkenntnis hat sie erkennen nicht ob das ein Mann ist der wirklich das Wort Gottes in sich trägt und auch weiter gibt sondern jede Zurechtweisung sehen sie als rotes Tuch wie bei einem Stier wenn man mit einem roten Tuch vor dem wirbelt dann wird er auch sofort dann rennt er sofort mit den Hörnern auf einen los so sind diese leider ganz ganz viele Frauen und bei den Männern ist es so die sind voller Zynismus voller Überheblichkeit voller Arroganz da kommt bei jeder Zurechtweisung kommt irgendwie ein blöder Spruch als wären sie wenn wir hier bei Nonstop Nonsens falls auch noch jemand kennt also sie nehmen überhaupt gar nichts ernst man kann überhaupt kein ernsthaftes Gespräch mit denen führen weil jeder Satz bei denen Zynismus ist oder Sarkasmus und so findet man natürlich auch nicht zu Gott so ich mach noch ein bisschen weiter wir sind schon na gut so werden doch die Frommen seine Weisheit rühmen denn Gottlosen ist Gottes Wort ein Gräuel denn es ist ein Schatz der Weisheit der in verborgen ist also diesen Leuten die in Wirklichkeit Gott hassen und ich kenne ganz 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 viele Leute die behaupten Christen zu sein aber in Wirklichkeit hassen sie Jesus für die Pest und sie hassen Gott für die Pest weil sie so voller Rebellion sind und ihr Vater ist in Wirklichkeit Satan sie gehen in den Gemeinden weil es da so schön ist weil da diese Titanic Atmosphäre ist und wir tanzen alle Ringel rein und bewerfen uns gegenseitig mit Watte in Wirklichkeit hassen sie Jesus und Grund auf deswegen basteln sie sich ihren eigenen Jesus und diesen Jesus den sie sich gebastelt haben ist Luzifer aber weil Gott das sieht dass sie gar keine Liebe haben dass sie auch keine Gottesfurcht in sich haben deswegen hat er sie verwirrt und deshalb erkennen sie die Weisheit nicht sie bekommen sie auch nicht und sie stehen da wieder aufs vom Berg so ich mach noch ein bisschen weiter und dann kommen wir langsam zum Ende siehe zu dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei und diene ihm nicht mit falschem Herzen suche nicht Ruhm bei den Leuten durch Heuchelei und siehe zu was du redest und wirf dich selbst nicht auf dass du nicht fallest und zu schanden werdest und der Herr deine Tücke offenbart und stürze dich öffentlich vor den Leuten und das habe ich dieses Jahr auch bei ganz ganz vielen Leuten gesehen die gerade auf YouTube habe ich es gesehen die sich von Video zu Video durch Heucheln die ganz ganz groß sind im Austeilen aber sobald ein Wort zurückkommt oh dann sind sie wie die kleinen Babys dann möchten sie vor Gericht gehen dann möchten sie schreien dann machen sie 20-30 Videos überein weil ihr Ego so groß ist wie das wie zwei ganze World Trade Center übereinander gestockt und man sieht oder man hat gesehen gerade in diesem Jahr wie ganz viele von diesen Leuten gefallen sind gestürzt sind und plötzlich haben sie keine Videos mehr gemacht plötzlich haben sie aufgehört weil ihr wirkliches Fundament war überhaupt nichts das war aus Wackelpudding ihre Liebe war geheuchelt sie haben Videos gemacht um selbst aufzusteigen um Klicks zu bekommen um Geld einzuheilen um Spenden einzusaugen aber nicht weil sie Gott lieben nicht weil sie Jesus folgen wollen sondern auch nicht weil sie das Evangelium verkünden wollen sondern einfach für den Selbstzweck sie wollen sich selbst erhöhen sie wollen selbst Karriere machen sie nehmen diese Videos als Karriereleiter und als Geldhahn den sie aufdrehen können ja so ist das okay das waren ziemlich harte Worte wie heißt es in Rocky 3 harte Worte von einem harten Mann aber darum geht es nicht es geht natürlich nicht um harte Worte oder um irgendeinen harten Mann oder damit will ich auch nicht behaupten dass ich eins oder das andere bin aber es geht einfach um die Wahrheit und es ist mir aufgefallen in diesem Jahr und nicht nur erst in diesem Jahr sondern ich mache es ja jetzt schon fast sechs Jahre dass die Wahrheit immer weniger seinen ihren Weg findet in den YouTube Videos in überhaupt in Facebook Foren auf der Straße jeder wie gesagt möchte reden aber keiner hat die Wahrheit oder kaum einer hat die Wahrheit schweige denn verkündigen sie die Wahrheit und Wahrheit ist wie gesagt die Wahrheit ist nicht etwas was man bei McDonalds bekommt im Angebot ähm nein die Wahrheit ist nicht etwas was man einfach so per Preis Nachlass bekommt sondern die Wahrheit ist ein Mann und sie ist immer noch dieser Mann ist immer noch Jesus Christus und die Wahrheit bekommt man nach und nach oder auch schubweise wenn man wirklich von ganzem Herzen Jesus liebt ihm nachfolgen will und es auch tut in Wort und Tat und nicht nur in irgendwelchen Gemeinden tingeltangelt und irgendwelchen Kirchentingeltangelt und Kontakt mit irgendwelchen Leuten hat nicht wirklich um des Glaubens willen sondern einfach nur weil es so schön und toll ist und weil ich in irgendeinem Hobby zu irgendeiner Gang dazugehören will es ist leider erschreckend was auf der Welt da passiert es ist erschreckend was wie erkenntnislos manche Christen sind teilweise sind da Christen bei ich mache das jetzt ich sage immer ich mache es seit fünf fast sechs Jahren das ist eigentlich überhaupt gar keine Zeit aber ich wie gesagt es ist erschreckend zu sehen manche Leute die sagen sie sind 20, 30, 40 Jahre Christ und die wissen noch nichtmals dass das Ave Maria ein blasphemisches Gebet ist sie wissen noch nichtmals dass man nicht zu Maria beten darf sie wissen noch nichtmals wer Johannes ist wenn man sie konfrontiert ja Johannes hat dies gesagt ja Johannes der Täufer nein es gibt nicht nur Johannes der Täufer sondern ich rede von dem Johannes der die Offenbarung gebracht hat der Johannes den Jesus lieb gehabt hat ja es ist diese Unwissenheit die nimmt extreme Formen an die mangelnde Erkenntnis nimmt extreme Formen an die Dinge die Menschen sagen und tun wenn sie verwirrt oder verworfen sind das nimmt immer extremere Dimensionen an und ich würde sagen jetzt wo wir zum Ende des Videos und des Jahres langsam kommen hart aus und prüfe die Geister das ist glaube ich wichtiger als jemals zuvor egal mit wem ihr befreundet seid oder wen ihr Bruder oder Schwester nennt bei jeder Aussage prüfe die Geister bei Filmen die ihr schaut prüfe die Geister kommt es wirklich ist es wirklich Logos kommt es wirklich vom Heiligen Geist kommt es von Gott oder kommt es von der Welt kommt es von dem der gerne Gott und Jesus spielt nämlich den Antichristen oder auch Luzifer, Satan Schlange, Drachen wie immer dieser Hund auch sich nennen mag Engel des Lichts was er gerne wäre aber nicht ist also seid vorsichtig es wird immer erst schlimmer bevor es bald besser wird aber wir sind in wir befinden uns in knallharten Zeiten es sind schwierige Zeiten es sind aber auch spannende Zeiten für die Leute die Ohren haben zu hören und Augen zu sehen so ich komme zum Ende liebe Freunde wie gesagt ich hoffe ihr seid alle gesund und ihr bleibt gesund und wichtiger ist bleibt im Fundament und haltet an dem fest was ihr habt und lasst es euch von niemandem nehmen denn es ist eine schwierige gefährliche und gottlose Zeit harren wir aus bis zum nächsten Video seid gesegnet in Jesus Christus mächtigen Namen Ciao und bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video bis zum nächsten Video Vielen Dank.